Herzlich Willkommen zum Kurs, ich bin Linda. Zunächst das Aufwärmen, du marschierst an der Stelle auf rechts. Lässt die Arme mitschwingen. Im Warm-up bleibe ich face to face mit dir, daher bei der Kombi drehe ich mich mit dem Rücken zu dir. Tipp die Spitze vor, rechts, links, der Toe tap, Arme locker, vor, vor, noch acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, dabei Arme vorne kreuzen, vor. Vorne gekreuzt und dann weit an der Seite öffnen, vier, drei, zwei, streck die Arme über, Kopf lang, Kopf hoch. Auch hiervon noch vier, drei, zwei und setz die Ferse zum Step-out, rechts, links. Dabei beug dein Standbein tief, Toe tap und dieses ist der Heel-Dick. Rück, rechts, links, Arme schieben nach hinten, rück, 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 Winkel an und streck nach hinten. Rücken ist gerade und etwas vorgelegt, jawohl, vier, drei, wieder Toe tap, Arme kreuzen, acht, noch vier, machen, vor. Und jetzt der Heel-Dick. Vier mehr. Geh in den Step-Touch-Side. Arme aktiv mitnehmen. Und du schwingst die Arme Side-to-Side. Rechts und links. Im Wechsel vor. Lang, vor. Überkopf hoch. In die Diagonale. Zieh, zieh. Vier mehr. Drei. Zwei. Letzter. Und nach unten. Lass die Füße stehen, verlagere das Körpergewicht. Brücken lang. Noch vier. Drei. Zwei. In der Mitte. Federn. Hopp, hopp. Arme auf. Zieh das Gewicht nach rechts und links. Hin und her. In die Länge. Doppelt. Zieh. Lang. Vier noch doppelt. Strecke. Drei. Zwei. Gut. March am Platz. Auf rechts. Prima. Erster Schritt auf den Step der Basic hoch und tief. Hoch. Ab. Einer noch. Tap up, tap down. Bleib im Tap up. Hoch. Ab. Vier noch. Drei. Zwei. Basic links. Jetzt kommt vor. Drei. Zwei. Eins. Tap up. Bleib im Tap up. Tap down. Auf rechts. Zwei noch. Wieder Basic. Drei. Vor. Ein. Tap up, tap down. Und dreimal Basic. Hoch. Ab. Tap up. Bleib im Tap up, tap down. Komm. Gut. Ich hab mich gedreht. Wir beginnen mit der Kombination. Vier mehr. Tap up, tap down. Erster Schritt ist der Kick nach vorne. Kick. Rechts. Links. Wir üben uns erst mal jeden Schritt etwas länger. Und reduzieren dann nach und nach. Achte drauf. Setz den ganzen Fuß auf den Step. Spann den Bauch leicht ab. Noch vier Mal. Geh in den Basic. Komm vor. Hoch. Ab. Kneelift vor. Kneelift wechseln. Im Wechsel der Kneelift runter. Noch. Acht. Sieben. Vier Mal. Drei. Zwei. Der Kick im Wechsel. Komm. Step. Kick. Zwei. Noch. In den Basic vor. Komm. Hoch. Tief. Kneelift. Frontal. Step. Kneel. Hoch. Sieben. Repeater jetzt. Kneelift. Tief. Zwei. Eins. Wechsel. Tief. Wieder Kick im Wechsel. Vor. Side up. Basic vier Mal. Komm hoch. Ab. Kneelift im Wechsel, Step Knee Repeater Kneelift Wechsel Letzte Runde, zweimal Kick Kick Zwei Basic Komm, hoch, ab Kneelift Repeater jetzt Sehr gut, zwei Kick, wir beginnen links Kick Basic, zwei, hoch Kneelift im Wechsel, hoch Einen Repeater, hoch Der Kick, komm, hoch Basic Kneelift, komm Single Und ein Repeater Sehr schön Links, Kick Zwei Basic Hoch Kneel Single Repeater Okay, March am Platz Slash Slash Prima Das war somit die Basic vom ersten Teil Wir verändern nun ein wenig Komm nochmal in den Kneelift, es geht los Im Wechsel Vier Stück noch Vier Stück noch Der Kneelift Over jetzt Over, zurück Zurück Noch einmal Du drehst dich dabei zur linken Seite Zwei Mal noch Jawohl Zwei Zwei Und der Repeater jetzt Der bleibt frontal Tap up, tap down Rechts Und links Wir sind auf links Vier Tap up Wir machen einmal Over, hin und zurück Dann der Repeater Los geht's Over Repeater Frontal Vor Over Andere Seite Komm Wechsel Repeater Nochmal mit links Auf den Step Over Zurück Repeater Vor Und mach mit Over Repeater Good Komm Tap up Tap down Hoch Der Repeater Kneelift Wird verändert Mit Taps Vor Seite Und Rück Wir machen das Erstmal langsam Repeater Kneelift Es geht Step Knee Vorne Knee Seite Und ab Wechsel einmal die andere Seite Langsam Knee Tief Knee Seite Hoch Tempo jetzt Links Hoch Zwei Drei Wechsel Hoch Zwei Nochmal jeweils Knee Tap Knee Side Knee Good Anfang Kick Basic Hoch Over Unter Kneelift Repeater Mit Tap Alles rechte Seite Kick Komm Vor Basic Knee Over Prima Und Und Repeater Tipp March Am Platz Leg Wenn du zwischendrin eine Trinkpause brauchst, können sie vier und versuchen wieder mit einzusetzen. Atme ein Ein Tap Ab Wir sind auf rechts Anfang Kick 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 Hoch Knee Over Zurück Repeater Vorseite Good Und Kick Inback Step Kick Basic Knee Over Hop Kick Vorseite Nochmal der Kick Der Kick Ein Basic Ein Turnstep Wenn du möchtest Dreh dich Over Jetzt Prima, Vorseitrück, Kick im Wechsel, Kick, Basic, Turnstep, wenn du magst, Over Knee Lift, Repeater, Tip vor und Zack, letztes Mal, Kick, Basic, und Turnstep, Knee Lift, Tip, Vorseite, linke Seite, Kick, Basic, Turn, und Knee Lift, lass die Beine fließen, und Zeit, Tap Up, Tap Down, Hopp, bei diesem Teil sind dir die Arme frei, du darfst improvisieren, nächster Schritt, Shuffle, Hopp und Hopp, Hopp und Hopp, Vier mehr Good, Tap Up, Tap Down, recht Wir marschieren auf vier, einen Shuffle, und March auf vier, einen Shuffle, nochmal, March, eins, zwei, drei, vier, Shuffle, wechseln, zwei, drei, vier, nochmal, March, Shuffle, sehr gut, Und Shuffle, March um den Step, eine halbe Runde, Shuffle, und zurück, der March, Shuffle, Tap Up, Tap Down, hoch, mit dem Vier March haben wir immer einen halben Rundgang, komm, und Shuffle, andere Seite, March, und Shuffle, Tap Up, Tap Down, rechts, links, Bleib im Tempo, viermal noch, hoch, drei, zwei, March, auf vier, Shuffle, mit rechts, zurück, Shuffle, Tap Up, Tap Down, hoch, Nächster Schritt, der Faust, Step vor, auf, 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 ich zeig die Arme, wirbeln, auf, auf, wirbeln, auf, auf, wirbeln, gut, und setz mit ein, vier noch, wirbeln, Schuffle, letzter, linkes Bein ist dran, komm, March um den Step, komm, rechts, Shuffle, Faust, Step links, und March zurück, Schuffle, Faust, Step mit rechts, genau, Tap Up, Tap Down, Vier mehr, ein Tap Up, ein V, Tap Up, V, Step, wieder Tap Up, und V, Step, noch einmal, Tap Up, V, Step, jawohl, Gut, weiter geht's, Tap Up, V, immer im Wechsel, Tap Up, V, Letzter, V, March um den Step, Shuffle, Step, Tap Up, Tap Down, V, Step, und links, March, komm, Schuffle, Tap Up, Tap Up, Tap Down, V, Leg Curl, Gut, nach dem V-Step, ein Leg Curl, mit dem letzten Schritt, wir probieren's nochmal, Atme ein, aus, in Bewegung, wir marschieren, komm, Schuffle, Step, Tap Up, der V-Step, und Leg Curl, komm, Schuffle, Tap Up, Tap Down, V, gut, Anfang, kick, Basic, wenn du magst, dreh dich, Over Knee Lift, sehr schön, frontal, linke Seite jetzt, kick, Basic, Turn, Knee Over, Repeater Tip, March um den Step, Schuffle, Schuffle, Tap Up, Tap Down, V, Step, Leg Curl, und los, Schuffle, Schuffle, Tap Up, V, Anfang, kick, V, Vor, Turn, Knee Lift, Over, sorry, und frontal, Gut, next, kick, Kick, Turn, Knee Lift, Over, Hop, Frontal, Mitte Tip, Sleiter Teil, March, Schuffle, Tap Up, Tap Down, V-Step, Leg Curl, komm, Schuffle, Tap Up, V-Step, und Leg Curl, Tap Up, sehr gut, Bleib im Tap Up, Tap Down, wir machen noch einmal den Übergang mit dem V-Step und dem Leg Curl, langsam, Tap Up, Tap Up, Tap Down, V-Step, auf, und Leg Curl, Wichtig, noch einmal im Tempo mit der rechten Seite, Tap Up, Tap Down, V-Step, auf, auf, Curl, ran, mit dem Bein geht's dann weiter, March am Platz, auf, links, wir probieren das nochmal mit links, langsames Tempo, Tap Up, hoch, Tap Up, V-Step, auf, auf, Leg, oh sorry, ich war falsch, March auf links, nochmal langsam, komm hoch, hoch, Tap Up, rechts, V, auf, auf, Up Curl, links, March, links im Tempo, Tap Up, V, V-Step, auf, auf, Up, Curl, gut, okay, March auf rechts, alles zusammen, wir wiederholen ein, mehrere Durchgänge, du bleibst im March, atmest tief durch, nimm die Arme mit dazu, ein und aus, Anfangsteil, Kick, los geht's, Basic, Kneelift, Front Hand, alles andere Seite, Kopf, Fahr hoch, Turn, Kneelift, Front Hand, gut, Marsch, auf geht's, Schaffeln, Tap Up, V-Step, rechts, Onkel, links, Schaffeln, Tap Up, V, für rechts, Anfang, komm, hoch, Basic, Turn, Kneelift, einfach weiter fließen lassen, die Beine gar nicht mehr viel nachdenken, links der Kick, ich nenne immer das Bein, was auf den Step zuerst auftritt, Kneel, links, Repeater, March um den Step, rechts, Shuffle, Tap Up, V, rechts, Curl, links und March, Schaffeln, Tap Up, V, eine Runde noch, Kopf, Kick, Turn, Step, Kneelift, Komfort, Good, Kick, Basic, Turn, Kneelift, Repeater, Marsch, um den Step, Shuffle, Tap Up, Tap Down, V Step, alles links, Tap Up, und der V bleibt im Tap Up, Tap Down, Vier noch, Leg Lift nach hinten, Arme rück, langes Bein zurück, Bauch ist fest und Po auf Spannung, Repeater davon, dreimal rück, nach, rechsel, Arme variieren, rück, seit, und hoch, weiter, rück, seit, hoch, genau, rück, auf, hoch, Bauch ist fest, nicht ins Hohlkreuz ziehen, Einer noch. Tap up, tap down. Sehr schön. Vier tap up noch. Wir machen danach noch zwei Durchgänge von unserer Kombination. Kick, auf geht's. Kick. Basic, hoch. Turn, step. Knee lift. Der Repeater, vorseits. Links, kick. Basic, hoch. Turn. Knee over. Jawohl. Repeater, vorseits. March um den Step. Shuffle, weiter. Tap up, tap down. V-Step. Step. Und march. Links. Schaffe. Step up, tap down. V. Good. Tap up. Hoch. Zweimal noch. Leg lift, single, zurück. Der Repeater jetzt. Rück, side, up. Rück, side. Noch einmal. Rück. Let's start. March am Platz. Auf rechts. Good. Allerletzte Runde from the top. Ich sag nicht mehr viel an. Atme ein. Und aus. Vier. Vor. Und aus. Und aus. Und aus. Und aus. Vor. Alles links. Komm, erster Teil. Turn off the lights. Hey, sexy. Hey, sexy. Hey, sexy. Over. Vor. Marsch. Zweiter Teil. Schaft weg. Tap ab. V. Und der Marsch. Tap ab. V. Good. Tap ab. Flieger singen. Rück. Der Leckliff nach hinten. Zweimal noch. Ab jetzt der Repeater. Komm. Let's do. Tap ab. Tap down. Hoch. Ich drehe mich wieder zu dir. Auf rechts. Links. Toe tap nach vorne. Tipp. Hoch. Dazu wieder die Arme vorne. Kreuze. Hoch. Kreuze die Arme über Kopf. Lang. Hoch. Ab jetzt viel dick. Arme rück. Schieb. Schieb. Insgesamt noch acht. Vier noch. Und Marsch am Platz auf rechts. Öffne weiter. Good. Du bleibst im Marsch. Das Tempo wird etwas langsamer für das Cooldown. Im Marsch weiter an der Stelle. Marsch. Rechts. Links. Rechts. Links. Rechts. Links. Hopp. Hopp. Good. Vier. Drei. Die Schultern kreisen im Wechsel. Rechts. Links. Doppelt. Pro Seite. Zweimal. Rechts. Rechts. Zweimal. Links. Links. Komm. Rechts. Rechts. Es entsteht ein Doppelstep-Touch. Vier. Drei. Zwei. Good. Wir schwingen side to side. Nach rechts. Und links. Tap. Tap. Schieb. Verlagert das Körpergewicht. Schieb. Rechts. Links. Ziehen. 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 Doppelt jetzt. Zweimal rechts. Arm geht mit. Lang nach oben. Streck dich weit Richtung Decke. Den Arm. Diagonal in die Länge ziehen. Zum Boden. Tief. Komm. Tief. 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 Berühr dabei mit einer Hand immer den Step an der Ecke. Doppelt ziehen. Zweimal nach rechts. Achte drauf, dass der Rücken gestreckt bleibt. Halte auf der rechten Seite. Tief. Halten. Und Feder nach. Dehnung für die Oberschenkelmuskulatur. Du spürst es hier in der Innenseite. Drehst dich nur nach rechts herüber. Dabei hinten die Ferse anheben und die Hüfte Richtung Boden ziehen. Tief. Tief. Der vordere Unterschenkel ist senkrecht dabei zur Decke. Halten. Dehnung in der Vorderseite vom hinteren Bein spüren. Strecke dich. Oberkörper zieht nach unten. Möchtest lang dabei bleiben. Im vorderen Bein spüren wir die Dehnung in der Rückseite. Gleichzeitig dort jetzt noch die Fußspitze anheben und halten. Der Fuß vorne ist flex. Halte die Dehnung. Atme ruhig. Dreh dich vor. Rücken lang machen. Arme strecken. Blick nach vorne. Wir verlagern nochmal. Zieh. Seit. Seit. Vier. Drei. Halten. Auf der linken Seite. Bleib dort. Feder. Tief. Tief. Dehnung für die Innenseite. Bleib am tiefsten Punkt. Spür kurz die Dehnung. Dreh dich. Und feder. Tief. Tief. Korrigier die Position. Dein vorderes Bein ist senkrecht. Halten. Streck die Beine. Vorne tief ziehen. Halten. Fuß ist flex. Dehnung ist zu spüren. Bis in die Wade vorne. Dreh dich vor. Rücken lang machen. Halten. Holt die Atmung. Fließen lassen. Roll dich nun auf. Nach oben. Schultern lockern. Kreis. Rück. Vier nach. Beine schließen. Engel zusammen. Du öffnest. Tief durchatmen. In die Rippenbögen. Ein- und ausatmen. Einatmen. Der linke Arm zieht nach oben. Du streckst dich. Atmest aus. Und nochmal wechseln. Ein. Und lang machen. Ausatmen. Letztes Mal öffnen. Rund nach vorne. Strecken. Und locker lassen. Prima. Gut. Das wär's für heute. Und ich hoffe, du schaltest beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann. Tschüss.